Unbeschwerte Reiterferien und Tiere den ganzen Tag. Herzlich willkommen auf dem Ponyhof Reuter in Jevenstedt. Auf unserem idyllisch gelegenen Ponyhof bieten wir Kindern von 8 bis 18 Jahren fröhliche Reiterferien in familiäre Atmosphäre. Ein weitläufiges Gelände, Ponys, Esel und Hunde sorgen für viel Spaß und erlebnisreiche Stunden. Hier wird jeder Aufenthalt unvergesslich. Ob tägliche Ausritte, Reitunterricht, Reiterspiele oder spannende Freizeitevents. Auf unserem Ponyhof genießen Kinder eine rundum glückliche Zeit. Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre Buchungsanfrage per E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!